Kaufe sie ein, ich brauche Geld. Ich brauche auch Geld. Uff, dann sind wir schon zu zweit. Denn bei mir ist das letzte mal ein ganzer Stapel Coins verschwunden. Oh. Ja. Aber Gott. Ich brauche nicht mehr viel. Ich verdiene halt das meiste nur durchs Monster Klatsch. Müssen sie mal ihren Magie Meister fangen. Der müsste ja auch ab und an mal was springen lassen. Die Stadtwache wird jetzt demnächst auch ein Gebäude bekommen. Und da geht ja auch wieder einiges drauf. Und die Stadtwache hat auch nur drei Coins. Oh. Ja. Und das wird noch spannend. Aber ich fange gerade an mein Haus noch ein bisschen schöner zu bauen. Ja, das habe ich schon gesehen, wo ich heute durch die Stadt gewandert bin. Aber, naja, so ganz schön sieht es noch nicht aus mit diesem Stein-Ding oben drauf. Genau. Das mache ich jetzt gleich noch weg. Und das wird dann zu was anderem. Okay. Und da kommt noch ein Holzdach drauf. Das ganze. Ja, gut. Ich lasse mich überraschen, wie es aussieht. Ja. Aber ich suche den Herrn Ramon. Äh, nein. Leider weiß ich das nicht. Ich denke mal, der wird irgendwo umherirren und sich neue Anregungen für Waffen und Rüstung holen. Ja, gut. Weil ich habe keine Werkzeuge mehr noch so lange, kann ich doch nicht mehr weiterbauen. Ja, gut. Äh, ich warte auch noch so ein bisschen auf mein neues Schwert und... Ja. Hm. Ich muss mir bald auch mal ein neues anfertigen lassen bei ihm. Eine neue Rüstung muss ich mir auch noch holen. Die ist schon fast kaputt. Und da habe ich noch ein bisschen. Und das haben sie es besser als ich. Ja. Dann schlafe ich wahrscheinlich auch länger als sie. Das kann gut möglich sein. Wer ist eigentlich unser Stadtherrn? Da gab es doch nicht so Wahlen? Ja, ist noch nicht, ähm, abgestimmt worden. Also, wir haben noch nicht reingeguckt. Achso. Denn wir müssen erst noch eine Überprüfung durchführen, ähm, von denen die beteiligt sind, ob die da sowas Blaues über ihrem Kopf haben. Achso, ja. Ja. Und, weil ich... Achso. Ich möchte nämlich ungern, äh, unter einem Werwolf dienen. Ja, das kann man verstehen. Ja, ähm, wie stimmt man eigentlich da? Ähm, na alle die hier wohnen... Ja, also wie meine ich, also wie stimmt man da? Ähm, da ist in der dunklen Kiste sind Bücher, einfach beschreiben und dann in die helle Kiste reinlegen. Ah, okay. Dann nehme ich da gleich auch mal teil. Die, 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 die Regelung mit dem Signieren habe ich jetzt rausgenommen. Ähm, weil, ja, man kann auch geheim seine Stimme abgeben, wenn man möchte. Mhm. Und dann einfach den Namen von der Person reinschreiben? Ja, genau. Ah. Okay. Nun, danke für die Information. Ja, bitte. Ich muss erstmal ein bisschen weitermachen bei mir. Ja, ich werde auch noch ein bisschen zu tun haben. Ich hoffe, ihr Raumankommt bald. Ja, ich denke es mal, weil ich warte seit gestern auf mein Schwert und... Was haben Sie sich denn spawnen lassen für ein Schwert? Ähm, ich habe mein Silberschwert verbessern lassen. Ah, okay. Und er hat mir angeboten, mir so ein größeres Schwert zu machen, womit ich die Köpfe für die Monster schneller bekomme. Ach, das klingt interessant. Ja, ich lasse mich überraschen. Ja. Dann viel Spaß für Ihre Überraschung. Ja, nur danke und Ihnen noch einen schönen Abend. Jo, danke. Tschüss. So, was machen wir heute? Ich muss zum Herrn Rabon erst einmal mein Zeug abholen. Und mir eine neue Rüstung machen lassen. Genau. So, aha. Der kommt ins Backpack, die kommt dort hin. Der dort... Oh, und ich habe hier richtig guten Wein. Den muss ich noch jemanden anbieten. Hehehe. Jetzt Testobjekt. Mal schauen, wer sich da findet. Vielleicht wieder das Vorlein. Das ist wie der kleine Werwolf. Und die zweite Flasche ist auch leer. Ähm. Wo haben wir denn? Hier haben wir den wunderbaren Wein. Hehehe. Ne. Stadtmache. Oh Gott. Uns geht das Geld aus. Äh. Apropos. Muss ja nicht jeder wissen, dass unter meinem Haus dein Monster sind. Ah. Mit dem Herrn da komme ich auch noch reden. Geld. Ich brauche Geld. Okay. So. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Oh. Zwei Münzen. Juppie. Ich habe ein bisschen Geld. Äh. Erstmal schnell was futtern hier. Diese dreckigen Schmetterlinge. Die müssen weg. Hallo. Ah. Es tut mir leid. Das musste sein. Oh Gott. Ne. Ja. Also sie sind bestimmt wegen dem Schwertherrn hier. Oh Gott. Genau. Ähm. Das. Das. Eine. Das ist ein Silberschwert mit Blei. Mhm. Das ist Silbergut gegen Untote. Ja. Und ähm. Das. 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 Das Blei darin. Das hat. Sagen wir mal. Das vergiftet sozusagen die Betroffenen, die es abbekommen. Cool. Und wenn wir das jetzt noch ähm. Verbessern würden. Dann würde halt. Würde es halt noch ein bisschen schär. Also ich könnte es mit einem Diamanten noch schärfer machen. Dann. Dann würde es ein. Ja. Warum nicht? Ja gut. Äh. Das Problem ist. Ich habe leider kein Diamant. Gerade. Warten Sie mal kurz. Gut. Oh. Da muss ich jetzt ganz schnell mir ein Dir hier besorgen. Äh. Oh. Der kostet nur 9. Nein. Hehe. So. Jetzt kann der Herr Ramon wenigstens weiter machen. Äh? Ich habe den Diamanten. Achso. Ja. Äh. Kleinen Moment. Ja. Sie sind wieder Herr Darko. Warum laufen Sie nicht außen rum? Weil ich mein Haus mag. Besonders weil es endlich mal ein Dach hat. Äh. So. Und ihr, 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 ihr. Langschwert. Das ist jetzt gerade. So. Warte mal. Das ist dann. Langschwert? Wollten Sie mir nicht einen Cleaver machen? Ja. Ja. Ach. Mensch. Schliess. Oh. Ich gehe im Schlafe. Hä? Oh. 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 Nein, leider nicht. Schade. Dann kannst du ja noch versuchen. Ne, was wollte ich... Oh Gott, Mensch, ich bin... Ah... Komplett durcheinander, heute. Ihnen fehlt wohl eine Frau. Ne. Das fehlt mir nicht. Okay, wir hätten auch nur eine zur Auswahl. Wow. Und nach unserer gestrigen Erkenntnis möchte die, glaube ich, keiner als Frau haben. Kann sein. Was war das denn? Äh... Ja? Herr Ben, haben Sie da gerade ein Feuer gemacht? Das stand hier. Und ich hab's direkt wieder ausgemacht, mal versehen. Okay, wenn's hier irgendwo brennt, Herr Ben, war's. Ach Gott, bitte nicht. Warte mal, ich hab da... Sie haben das I vergessen. Sie haben das I vergessen. Aber Herr Benni hört sich so kindisch an. Okay, dann nennen Sie mich Herr Ben. Ich kann Sie auch 05 nennen. Na, bitte nicht. Gott, können Sie mir gefallen tun? Ja, um was geht's denn? Die... Komm, willst du so einen Kack da oben abbauen? Das ist nicht mehr viel. Äh... Warum machen Sie das nicht alleine? Mit der Hand. Oder lassen das den Herrn Olaf machen? Er hat keine Spitzsacke. Ja. Er hat all sein Geld in die Magie investiert. Welches Geld? Ja. Er hat so heute Morgen noch 3 Copper Coins. Dann nicht mehr. 3 Copper Coins? Das ist aber ganz schön viel mehr, als ich hab. Vielleicht meinst du ja auch 3 Iron Coins. Das... Das glaube ich schon eher. Ernsthaft jetzt? Ach... Ja, jetzt ist das weg. Was? Ich hab hier grad dieses... Jetzt ist es da. Ja, okay. Ja, kleinen Moment. Ich muss hier kurz was weg machen. Vielen Dank. Mein Dach ist der neue Driftpunkt der Stadt. Ja. Oh Gott, ist das riesig. Ja, viel viel Spaß, wenn Sie damit umgehen können. Äh, ja. Ja. Jetzt hört sich keiner mehr in Serien. Ja. Auf einem Penken. Schwer? Schwer? Ja. Oh. Aus welchem Material ist das? Silber, Blei... ...und Stahl. So sieht's auch aus. Oh, ausgerutscht. Aua. Oh. Oh. Äh. Oh. Haben Sie zufällig die Klingel in Gift getaucht? Da, trinken Sie das schnell. Nein. Nein, das ist wegen dem Blei. Ich bin nicht dumm. Nee, nee, das ist... Der ist gut, den hab ich... Äh, hat vor allem... Sissi gestern auch schon getrunken. Ich kann den auch trinken. Nee, ich möchte auch... Das ist doch Wein, oder? Das ist... Nein, das ist Wein. Nein, das ist es nicht. Oh, Mann. Was ist das denn? Sehen Sie, der ist gut. Das ist eine Bionade. Das ist eine Bionade. Schade. Weil der Herr Ben grad besoffen getan hat. Ah, jetzt können Sie da unten den Müll einsammeln. So, und ich werd mal das neue Schwert testen an einem Monster... Achso, Herr, äh... Tyrox da... Ihre Bezahlung. Ich geh ins Lech. Kein Kopf. Ich geh ins Lech. Oh, Geld. Ja, wir müssen den Herrn Darko noch überprüfen. Grüß mal. Äh, was willst du denn? Och, nein, lass mich doch mal ein, Mann. Ui, ja. Gute Nacht.